Die Körpertemperatur beträgt 36,8 Grad Celsius. Hier kommt eine kleine Wolfsspinne, die wir natürlich sofort erledigen müssen, weil sie uns sonst vergiftet und tierisch nervt. Wir haben 5.42 Uhr am Morgen und ich bin hier gerade mit meinem Flugzeug abgestürzt in so einem kleinen Inselatol bei Projekt Cast Away. Mein Name ist Heddy von Heddy's Playbase und ich freue mich natürlich, dass du reingeschaltet hast. Zum Reingespielt, ihr Lieben. Jawohl, ja, ein neues Reingespielt ist wieder am Start. Wir spielen jetzt hier ein Stündchen ins Spiel rein und ich lasse wie immer euch Zuschauer entscheiden, ob ihr mehr von diesem Format sehen wollt oder nicht. Deswegen ganz wichtig, Leute, wenn ihr eine komplette Playlist von diesem Spiel haben möchtet und mit mir zusammen alles entdecken wollt, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ihr mich das wissen lasst in Form von einem Like, also einem Daumen nach oben oder einem Kommentar unterm Video. So, wir sind hier gerade gestrandet, Leute. Wir suchen unseren Onkel. Ja, wie gesagt, die Mama ist sehr, sehr krank und unser Vater leider schon verstorben. Ja, wir sammeln jetzt natürlich erstmal alles Mögliche ein, was wir hier finden und was wir gebrauchen können. Okay, das kann ich jetzt nicht nehmen. Und suchen uns jetzt erstmal gleich hier ein schönes Plätzchen. Was haben wir hier? Oh, einen Stein. Den brauchen wir ganz wichtig, Leute. Denn wir müssen die Geheimnisse der Insel entdecken. Ja, und nicht nur die Geheimnisse der Insel, sondern wir müssen natürlich auch rausfinden, was mit unserem Onkel passiert ist. Ja, der ist hier mit einer kompletten, ja, mit einem kompletten Team wohl auf dieser Insel durch eine Firma, die ihn hier hingeschickt hat, auf dieser Insel gewesen. Das ganze Team ist gestorben. Nur mein Onkel, also unser Onkel hat überlebt. Und wir müssen jetzt rausfinden, was hier passiert ist. Wir machen mit B natürlich unser tolles Buch hier auf, gehen hier aufs Zahnrad und das Erste, was wir hinstellen, was wir ganz, ganz dringend brauchen, ist das Spinning Wheel. Weil ohne das Spinning Wheel können wir keine Seile machen und ohne Seile können wir keine Werkzeuge herstellen. Deswegen, ganz wichtig, wenn ihr neu seid, erstmal Spinning Wheel aufbauen. Dafür brauchen wir acht Small Sticks und einen Metal Sheet. Metal Sheet haben wir schon hier. Und die Small Sticks, die suchen wir uns jetzt zusammen. Mit Tab geht das Inventar auf. Und, ja, wir gucken jetzt erstmal. Mich hat hier vorhin schon, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, ja schon die Hornisse angegriffen. Und gerade, ja, wie ihr gesehen habt, die Wolfsspinne. Damit können wir aber nichts machen aktuell. Deswegen lasse ich die da einfach liegen. So, und weil wir es brauchen, ja, nehmen wir natürlich hier Steine und alles schon mal mit. Ich habe das Spiel schon so zwei, drei Stündchen angespielt im Stream vor ein paar Tagen. Fand das ganz witzig und habe gedacht, naja, gut, komm. Also YouTube interessiert sich da bestimmt auch für, zumindest mal zum Reingucken und zum Zeigen. So, hier haben wir Large Sticks. Wir brauchen aber Small Sticks. Also hacken wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und, ja, wie in jedem anderen Survival Game, Leute, ne, Aufbau, ganz wichtig. Ihr müsst Nahrung finden und, äh, ja, braucht ein Dach über dem Kopf. Ihr müsst euch vor Vergiftungen schützen durch, äh, ja, gewisse Tiere, die hier gibt. Es gibt hier Komodo-Warane, Spinnen, wie ihr gerade gesehen habt und, und, und. So, da ist the wheel. Und wir halten to spinn und nehmen schon mal the rope. So, die brauchen wir nämlich gleich, sonst wird es eng. Jetzt gucken wir natürlich, was können wir hier bauen. Ich könnte mir jetzt natürlich ein Messer machen. Ich mache mir aber, glaube ich, erst mal, oder mache ich mir ein Messer. Ich glaube, das ist eigentlich egal, oder? Wooden Knife, Stone Knife. Hier, ich mache mir ein kleines Messer. Zack. Und damit könnten wir uns jetzt die Krabben, ja, schmecken lassen, beziehungsweise erst mal töten. Mache ich jetzt aber gerade noch nicht. Ich suche jetzt erst mal noch ein paar Steine, Leute, weil Steine sind hier wirklich rar gesät. Und ihr braucht Steine fürs Lagerfeuer, ganz wichtig. Ja, und ihr braucht fürs Lagerfeuer, ich sag's euch jetzt, ich petz jetzt, ich spoiler jetzt. Ihr braucht fürs Lagerfeuer natürlich dementsprechend ein Shelter, weil wenn's regnet, habt ihr sonst kein Feuer. So, ihr habt hier Action Skills, ja, Learning by Doing. Je mehr ihr was benutzt, Melee, also Angriffe, Hacken, wie auch immer, umso besser werdet ihr natürlich in dieser Kategorie. Was ich persönlich total klasse finde, weil mir das generell sehr gut gefällt. Ja, Learning by Doing fand ich auch bei Seven Days to Die damals sehr, sehr gut. Ist ja mittlerweile ein bisschen anders. So, jetzt bin ich natürlich da hinten. Ja. Die Schildkröte hab ich jetzt getötet, weil wir natürlich auch Wasser brauchen. Und was eignet sich dafür besser als der Panzer? Jetzt machen wir aber erst mal die Blaupausen, die wir jetzt hier hinlegen, Leute. Denn wir brauchen unbedingt ein Campfire. Ganz, ganz wichtig. Ja. Weil ohne Campfire kein Essen. Und ohne Essen. Ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt machen wir hier. Machen wir das Shelter. Ich glaube, ja, wir machen's. Das können wir natürlich hier schön übers Campfire packen. Obwohl, warte mal, das Spinning Wheel steht jetzt da. Okay. Und ihr seht natürlich, wenn ihr dran geht, was ihr dafür braucht. Large Sticks und sieben Palm Trees. Äh, Palm Trees, sag ich schon. Sieben Palmen, äh, Blätter. Obwohl, ich glaube, wartet mal, ich mach's anders. Ich mach's anders. Ich glaub, ich mach das mehr hier. Mehr hier so hin. Also machen wir erst mal hier das Shelter. So. Und machen dann da rein das Lagerfeuer. Aber jetzt muss ich mal gucken, was brauchen wir denn? Wir brauchen. Fürs Lagerfeuer sechs Steine. Und, äh, fünf kleine Sticks. Ein paar haben wir noch. Wir packen schon mal die Steine da rein, die wir haben. Oh, und gehen jetzt mal mit unserer Axt los. Und tun uns noch ein paar Sticks. Ich muss natürlich aufpassen, weil hier überall kleines Viehzeug rumkrabbelt. Ja, was mich morden, äh, was mich morden, morden will. Und, äh, ich möchte natürlich nicht so wie im Stream-Spiel gleich am Anfang schon sterben. Ja. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, ich kannte das Spiel nicht. Und wusste es nicht besser, Leute. Ich war jung und brauchte das, den Skill. So nach dem Motto. Gucken wir erstmal. Ich glaube, mit den Libellen hier können wir gar nichts machen. Das ist, glaube ich, einfach nur lästiges Viehzeug. Obwohl die Libellen ja gar nicht angreifen. So, hier haben wir noch ein paar Stickies. Oh, und ein bisschen Stoff. Stoff ist wichtig. Old sofa. Da brauchen wir ein Dings für einen Hammer. Einen Hammer haben wir gerade nicht. Aber noch einen Stein. Und noch einen Stick. Okidok. Ja. Also Steine sind hier wirklich Mangelware. Ja. Ich habe im Stream-Spiel, habe ich gesucht, wie bescheuert. Ja, ihr könnt zwar später, ähm, Granit abhauen. Und könnt euch dann, glaube ich, auch daraus Sachen bauen. Aber erstmal braucht ihr natürlich die normalen Sachen hier. Die normalen Steine. Vier, fünf, sechs. So, wir machen mit Taps Inventar auf. Und trinken erstmal einen Schluck. Und ich glaube, Essen habe ich hier jetzt gar nicht drin. Nein. Aber, bevor ich es gleich wieder brauche, machen wir uns mal zwei Bandagen. So, und hacken jetzt erstmal eine Palme ab. Ja, ihr seht da unten rechts, ja, unten ist die Haltbarkeit von eurer Axt. Ist natürlich eine ganz normale Stone-Axt. Die hält natürlich jetzt nicht wirklich viel aus. So, und da haben wir schon mal Palm-Trees. Äh, Palm-Trees, Palm-Blätter. Die können wir hier reinpacken. Habe ich die Kokosnuss jetzt genommen? Ich glaube, ja, ne? Also, ich finde, bislang ist das so ein Mix aus, ja, so Forest, würde ich jetzt sagen. Large Sticks-Braucher. Und ganz viele andere Survival-Games, die man kennt, ich meine, was super toll Neues, was es noch nicht gab. Ja, das wissen wir alle. Muss, glaube ich, erst erfunden werden. Ja, gerade im Bereich Survival. Ja, es wiederholt sich alles irgendwie, es ähnelt sich auch alles irgendwie. Das einzige, der einzige Unterschied, den man halt hat, ist, ja, dass man vielleicht ein bisschen anders skillen muss, oder, dass man irgendwie Sachen anders handhabt, und, und, und. Dass der Aufbau halt ein bisschen anders ist, und solche Klamotten. So, hier brauchen wir immer noch die Steine für und die Small Sticks. Ganz wichtig ist, Leute, als erstes wirklich, ich habe es bitter erfahren müssen, als erstes wirklich eine Waffe, und das Spinning Wheel, damit ihr euch auch Waffen und so herstellen könnt. Weil sonst sieht es dunkel aus. Und die Waffe braucht ihr, ja, aufgrund der vielen Tiere, die hier halt zu finden sind. Da ist ein Komodo-Warren. Und ein Schmetterling. So, guck mal, der greift mich jetzt sowieso an. Deswegen sind wir mal einfach schneller. Ja. Und er haut schon ab, weil wir so gefährlich sind, weil wir so gefährlich sind. Jetzt hat er mich vergiftet, der Sack. So, und vergiftet heißt, dass ich jetzt schnell eine Palme abhacken muss. Denn wir brauchen von den Palmblättern jetzt die Sheets, damit wir uns eine Heilbandage bauen können. das heißt also, ihr macht hier die Blätter, sammelt ihr auf, legt die da hin, tagt die klein. So, und dann könnt ihr euch nämlich, ich habe ja gerade schon Bandagen hergestellt, eine Heilbandage bauen. und die braucht ihr auch, sonst könnt ihr die Vergiftung nicht teilen. So. Und euer Leben geht natürlich dementsprechend schnell runter. Warum war ich glaube ich noch drei Steinchen, ne? Hier ist eine Schildkröte. Ich wollte gerade sagen, da ist Stein, da ist Stein, aber es war gar kein Stein. Könnte ich mir eventuell schon eine Spitzsacke bauen? Wir gucken mal. Silber, goldene, Bronze, kann ich mir keine? Doch hier, nee, Stone Pickaxe, da ist er. So, das ist aber Gold, nee, Chopper, das ist Kupfer und Zin. Hier sind weiße Pilze und das könnt ihr leider nicht abhacken. Ihr könnt auch leider diese Steine hier nicht abhacken. Habe ich im Streamspiel auch versucht, geht leider nicht. Euch bleibt also tatsächlich nichts anderes übrig, als am Anfang hier die Steine so zu sammeln, die am Strand rumliegen. Und ich finde wirklich, das ist sehr wenig, das ist ein so ein Minuspunkt, dass man halt einfach nicht genug findet. Vor allem, wenn ihr jetzt, ihr braucht ja auch Stone Charts zum Beispiel und dafür müsste ich, jetzt, ihr seht das da unten, ja, ich kann den Stein jetzt fallen lassen, ich kann aber auch ähm, sagen Smash und wenn ich Smash mache, dann geht der Stein natürlich kaputt und dann habt ihr ganz viele kleine Steinscherben quasi. damit ihr euch eine Axt und so bauen könnt. Hier ist noch einer. Komm, ein Steinchen brauchen wir noch. Kann ich noch ein bisschen Close mitnehmen, ja. Gut, Sticks sind voll und hier haben wir noch einen Stein, oder? Nein. Schade. Schade, 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 wir haben keinen Stein mehr. So, wir könnten aber gleich mal das Granit da abhauen und vielleicht habe ich dann schon das Rezept freigeschaltet für die Granitaxt und so, dann wäre das natürlich auch kein Problem. Und dann können wir natürlich das Lagerfeuer nicht bauen, ne? Ach, da ist es schon fertig, Leute. Huhuhu. Hier, Axtix. Das heißt, Moment, 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 wir wollen jetzt erstmal das Feuer anmachen. Da fällt mir immer der Finger bei ab, Leute. So, und jetzt können wir nämlich, weil es vergammelt natürlich sonst auch, ne? es geht aber zum Glück recht schnell mit dem Abkochen. Und ich finde es gut, dass ihr dann so eine Gabel da als Zeichen habt. So seht ihr, dass es fertig ist. So, was haben wir hier noch? Die Kokosnuss. Cooked Meat, Raw Meat. Packen wir natürlich alles noch hier drauf. Und warten mal ab jetzt, dann essen wir ein Stück. Okay. Hier ist es Cooked Meat. Essen. Und ich sehe gerade, dass meine Infektion immer noch da ist. Mein Leben ist immer noch weiter runtergegangen und es geht auch weiter runter. Warum geht es weiter runter? Heals you while curing mhm, mhm, mhm. Infektion, da brauche ich aber, was brauche ich dafür? Seaweed? Warte mal, kriegen wir das eventuell hier irgendwo? Kann ich hier irgendwo was abbauen? Ja, es geht sehr, sehr schnell runter, Leute. Ihr seht das. Aber ich kann hier nix. Okay. Ich kann nix machen. Außer gleich sterben. Warum auch immer. Obwohl, hört es jetzt auf? Ah, jetzt hört es auf. Okay. Okay. Uh, das war jetzt aber echt knapp, Leute. Ich habe jetzt gedacht, ich sterbe jetzt. So. Zurück zum Bauen. Wir brauchen noch drei Blätter. Ich treffe die Palme nicht, warum nicht? Dann nehmen wir halt eine andere. Himmel. So. Ja, die Echse gehen natürlich sehr schnell kaputt hier, die Stein-Echse. Aber wir gucken gleich mal, ob ich mir eventuell nicht wirklich schon, wenn ich mir da Granit hole, schon eine bessere Axt herstellen können. So, Shelter. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Bett. Weil ohne Bett, Leute, könnt ihr nicht speichern. For energy and sanity. Warte mal, was braucht das? vier Robes, Lachsticks, Lachsticks, Aha, und Palmletter. Na, ich glaube, dann baue ich erst mal das kleine Bett. Das reicht auch erst mal. Ich mache es mal so. Okay. Und Sticks und Stones und Vagabones. Okay. Boah, wie viele Sticks braucht das? Ne, es braucht gar keine Sticks. Okay. Es braucht nur die Palmblätter. Das heißt, Palm abhacken bis zum Abwinken, Leute. Und dann habt ihr auch schon das erste Shelter und so da stehen. Ja, könnt abspeichern. So, wo ist die Kokosnuss hingefallen? Da, ganz wichtig, Leute. Ah, haben wir noch ein Palmblatt? Ja. Ja, ich war natürlich im Stream, Leute, ich habe jetzt nicht hier das Spiel tausendfach schon vorgespielt und kenne mich voll aus. also im Stream habe ich lediglich so die Grundlagen gerade mal gehabt. Ja. Bin sogar gestorben einmal. aber im Floß oder so gebaut habe ich mir natürlich da auch noch nicht. Gibt es hier eigentlich nichts, was ich so abhacken kann, dass ich einfach nur die Blätter hätte? Aber wartet mal, ich glaube, hier vorne hatte ich doch noch Blätter. dann haben wir es doch. Sehr schön. Ganz wichtig, Leute, sobald das Bett steht, abspeichern. Habe ich es jetzt hier abgespeichert? 6.10.2348 Ja, habe ich get up. Ja. Dann haben wir erstmal so die ersten Sachen hier stehen. Dann heißt, wir könnten uns jetzt hier schon eventuell den Water Collector bauen. Da bauen wir Large Sticks, acht Stück, eine Rope und sechs Banana Leaves. Kriegen wir hin. Turtleshell. Ja, aktuell gibt es das Spiel leider nur in Englisch, Leute. Also, ja, es gibt noch keine großdeutsche Übersetzung. Ja, man kann es zwar auf Deutsch stellen, aber es ist halt dann nicht in Deutsch. So, Bananenblätter. Hier war doch gerade irgendwo ein Bananenbaum. Warte mal, was ist das hier? Cover Cover Plant. Was auch immer ich damit machen kann. Okay, meine Axt ist kaputt. Ich brauche noch einen Rode und einen Chart. Da waren sie wieder meine zehn Probleme. Ja. Rope ist halt kein Problem, aber wir haben keine Steine mehr, Leute. haben keine Steine mehr. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Stein finde, den ich kaputt machen kann, ist das natürlich doof. Guck mal, Goldohr. Oder kriege ich eventuell, Moment mal, ich habe mir doch gerade eine Axt gebaut, ne? Kommt hier eventuell auch Stein raus? Oder kommt da nur Ohr raus? Okay, das ist tatsächlich nur Gold. Ich gehe mal zu dem Granit und gucke mal, ob da eventuell auch Stein rauskommt. oder ob ich dann eventuell mir tatsächlich schon eine Granit-Axt bauen kann. Das wäre natürlich jetzt gut, weil wenn keine Steine mehr da sind, ihr seid natürlich blöde. So, könnte ich mir jetzt rein theoretisch eine Granit-Axt machen? Jawohl, ja. Sehr gut. Okay, Leute, dann hat sich das Steinproblem erledigt. Ich dachte jetzt, man müsste erst ganz, ganz viel und so, ihr versteht mich. Ich habe jetzt echt gedacht, man müsste ganz viel Stein erst mal Oh, Bananen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, die Sachen verkommen. Natürlich könnte ich die Bananen braten. Ne. Was ist denn, wenn ich die esse? Okay. Das heißt, wir brauchen noch einen Bananenbaum. So, da ist noch einer. Aber wäre das hier eventuell ein Stein, den ich hätte abhacken können? Nein. Okay. Aber ich glaube, die Bananen, die vergammeln auch sehr schnell. Jetzt habe ich die doofe Palme abgehackt. Ich will die Bananen, den Bananenbaum hier abhacken. Das hat auch ein bisschen doof gewachsen hier mit den Steinen. ne. So, wo sind die Bananas? Ich will die Bananas haben. Hier, komm. Okay. So, das ist schon mal unser Rain-Kollektor. Wir haben Lagerfeuer. Und, äh, ja. Das heißt, wir haben jetzt sieben Uhr abends gleich, also acht Uhr gleich. Oder? Ne, AM ist morgen. PM ist abends. Okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen sammeln noch, um uns, äh, schon mal vorzubereiten. Ich gucke jetzt gleich erst mal mit euch zusammen hier in Ruhe nochmal ins Buch. Und dann gucken wir, was wir noch alles bauen können. Ja, was sinnvoll wäre, so. Also, wir haben natürlich hier Raft Basis, also Basis. Mhm, mhm, Platform made from wood. Okay. Das wäre natürlich hier. Ah, ich kann es auch breiter machen. Okay, wie viel bräuchte ich jetzt? Neun Locks. Kriegen wir hin. ein Raft habe ich mir tatsächlich noch nicht gebaut. Und natürlich immer unten darauf achten, ne, ob ihr müde seid, hungrig seid. Ihr seht das ja. Energie, die weggeht, ne, und Gehirn, Durst, Hunger, Pipi, kalt und alles. So, drei Stück brauchen wir noch. Dann hauen wir nochmal ein Bäumchen ab. Ach, das ist die doofen Palme vom Gerade, okay. Dann nehmen wir die hier. Diese bedrohliche Musik und dieser rote Rand, den ihr immer seht, ist halt, wenn meine, wenn halt meine Dings weggeht, hier meine Ausdauer. Was? Das gab jetzt nur einen Baumstamm? Really? War aber eine kleine Palme dann. Oh, guckt mal, hier ist noch ein Stein. Will die noch irgendwo einen Baumstamm hier rumliegen? Habe ich nicht da hinten noch einen Baumstamm rumliegen gehabt? Lag hier A da? Ah, gut, ich kann nur zwei mitnehmen. Aber das ist gut, drei fehlen noch, das heißt, ich kann den anderen noch holen. Dann haben wir zumindest so ein halbes Raft schon mal fertig. So, einer noch. Den holen wir uns jetzt. Ich mache mal ein bisschen smoothiger, damit ich hier nicht meine ganze Energie gleich verbrauche und gleich so fertig. Wo ist denn jetzt der Baumstamm? Ach, da. Ich wollte mich gerade beschweren, Leute. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist der Baumstamm weg. Also, es gibt natürlich, glaube ich, im Wasser auch Haie. So, warte mal, was könnten wir denn da jetzt noch draufbauen? Raft-Komponenten. ein Ruder. Ein Ruder, so brauchen wir natürlich, ist wichtig. Ein Roof, Protect, Cover. Oh, das ist auch wichtig, Leute. So. Large Sticks. Achso, der zeigt mir das im Gesamten an, ne? Und, ja, Large Sticks. Also, irgendwie ist meine Zeit hier oben stehen geblieben. Seht ihr das? Es ist die ganze Zeit 7 Uhr 46. Und ich bin hier gleich am Dingsten, deswegen schlafen wir einfach mal. Sleep. 6 Stunden. Jetzt geht die Zeit nämlich erst weiter. Okay, jetzt haben wir Get Up. Okay, dann ist das irgendein Bug vom Spiel. Mal gucken, inwieweit jetzt mein Wasser hier hoch geht. nicht sonderlich viel. Und in meiner Wasserschale hier ist natürlich auch noch nichts drin, weil es nicht geregnet hat. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine trinken. Ja, also irgendwas stimmt hier mit der, ähm, jetzt haben wir PM und es ist trotzdem noch tag hell. Gut, ich meine, es kam heute ein Update, Leute, ja. Ich möchte jetzt nicht meckern, ja, es kann natürlich auch sein, dass durch das Update jetzt kleinere Bugs drin sind. Das ist ein Early Access Spiel und, äh, sowas darf passieren. Sag mal, kannst du jetzt mal bitte hier die Palme abhacken? so. Und jetzt noch ein paar Sticks. drei, drei, vier, wie viel brauchen wir noch? Ah, drei Stück noch. Das finde ich auch gut, wenn ihr was baut, er zeigt euch das Gesamte an, ja, was fehlt. So, und guck mal hier. Okay. Naja, das Problem ist, mein Raft, ah, okay, ich kann's reinschieben. Was könnte denn noch auf so einem Raft drauf? Mhm, ein Roof, ein Roof. Okay. Und ne Flagge. Ach, Leute, ha, one piece, ne one piece Flagge. Das finde ich geil. Gut, guckt mal, dann hätten wir das Raft komplett Large Sticks. vier Stück brauchen wir noch. Okay. Ich richte da bestimmt noch einen so Baumstumpf, oder? Hatte die nicht noch einen? Nein? Okay, dann machen wir's so. So, wo ist der Kokonat? Die hätte ich gerne noch, aber ich finde sie nicht. Naja, egal. Ich hab noch ein paar in der Tasche. Vier Sticks brauchen wir noch. Und das ist cool, dann könnte ich, wenn ich's Raft da reinschieben kann. Okay. Jus A oder D? Aha, wartet mal. Werd ich wahrscheinlich Ah, damit kann ich lenken. Okay. Es war einmal ein Kapitän, der wollte sich die Welt anziehen. Doch er geriet in große Not mit seinem kleinen Segelboot. Okay. Ich würde mir, ganz ehrlich, Leute, im wirklichen Leben in die Hose scheißen. Ich würde mir, wenn ich gestrandet wäre, weil Flugzeug Absturz oder so, würde ich mir im Leben kein Raft bauen, um aufs offene Meer zu segeln damit. Ich würde auf dieser Insel entweder verhungern oder an irgendwelchen Krankheiten sterben oder weil mich irgendwelche Tiere auffressen würden. Aber ganz sicher würde ich nicht aufs offene Meer hinaus. Ich habe so eine Angst vor tiefem Wasser, wo ich den Grund nicht sehen kann. Überlegt euch mal, ihr seid auf so einem Raft, ihr habt nichts, kein Schutz. Auf der Insel, wenn da irgendwas ist, was man anpflanzen kann, wo man sich was mit bauen kann, Bären wachsen, Kokosnüsse, da hat man zumindest eine Überlebenschance. Aber so offen im offenen Meer, überlegt mal, jetzt kommt irgendein Sturm, ein Ohnwetter, ja, dann habt ihr doch schon verloren. Wo wollt ihr euch denn festhalten? Da ist ja nichts zum Festhalten. Dauert aber ganz schön lange, bis der hier zu dieser Insel darüber kommt. Und ob ich da jetzt überhaupt irgendwas finde. Jetzt wüsst du aus welcher Richtung der Wind kommt. Jetzt überlegt mal, das sieht so nah aus, von der anderen Insel aus, und jetzt bin ich nur erst mal hier. Guckt mal, wie weit die Insel noch weg ist. Ich finde es ein bisschen doof, dass man nichts sieht. Ich würde gerne sehen, wohin. ich hätte vielleicht vorher mal abspeichern sollen, dass, falls ich jetzt sterbe, was natürlich gut sein kann, ich nicht noch mal alles von vorne machen muss mit dem schafft. Aber wer hat nicht gespeichert? Frau Playbase. Oh, die Zeit geht weiter, Leute, 1.58 PM. Das müsste eigentlich mitten in der Nacht sein jetzt. Guckt euch das mal an. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, wehe, ich komme gleich wieder, mein Raft ist weg. Ich glaube, ich nehme mal mein Messer in die Hand. Kann ich damit eventuell irgendwas machen? Nein. Aber hier ist noch ein bisschen Stoff, hier sind noch ein paar Steine. Und bestimmt auch noch irgendwelche gefährlichen Tiere, oder? Da ist eine Schildkröte. Warte mal, kann ich das hier vielleicht nehmen? Aufs Raft schmeißen? Oh, nein! Das wollte ich nicht. aber es geht. Okay. Okay, nein, 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 nein. Okay, so. Okay, er fährt nicht weiter, alles klar. Aber ihr habt es gesehen, ich konnte das da drauf schmeißen, das finde ich schon mal gut. kann ich das jetzt hier abhacken? Nein. Aber das, ah, das kann ich mit einer Moment, hiermit. Vielleicht ist da ja was cooles drin. Was wir verarbeiten können. Okay, meine Axt ist gleich kaputt. So viel dazu. Aber gut, passt mal auf, wir haben Stones. Ich hoffe, ich habe jetzt noch einen Rope mit. Ja. Okay, da ist schon Piratenflagge, okay. Da kann ich nichts machen. Hier ist noch eine Crate, mal gucken. ich habe jetzt irgendwie die Hoffnung gehabt, dass da irgendwas cooles drin ist. Level 3 in Mining habe ich jetzt. Oh, Robes. Jetzt ist natürlich mein Inventar voll, ne, wartet mal. Kann ich mir denn noch eine ... Hm. Was könnte ich denn rausschmeißen? Das. Eine Piratenflagge. Und das, das nutze ich einfach mal. Okay, doch. Das heißt, mich dürfte jetzt eigentlich kein, kein Getier irgendwie hier angammeln. Tja, aber mehr ist hier auch nicht auf dieser Insel. Außer nur noch ein bisschen mehr Zeugs. Schildkröten. Da ist noch eine Insel. Ist hier vielleicht irgendwas im Wasser drin? Auch nicht. Oh, Seaweed. Warte mal, da konnte ich doch diese Bandagen mitmachen, ne? Da war doch was. Moment, das müssen wir sofort gucken. Hier, Dressing Bandage. Aha, machen wir mal eine von. Und trinken müssen wir. Tja, ansonsten ist hier nix anders. Oder, oh, was ist das? Coalberry. Hackt da nicht ab. Okay. Also Korallenbiere quasi. Blueprint for Plane Engine. Moment. Wo hab ich den jetzt drin? Hier. Was? Ah, da. das heißt, ich kann mir also später ein Flugzeug bauen, mit dem ich eventuell wieder von der Insel verschwinden kann. Kann ich da eventuell hochklettern? Wir gucken mal, Leute. Komme ich da hoch? Ist da oben vielleicht noch irgendwas für mich? Okay, nein, hier ist nix. Ah, ihr seht's schon, Leute, es erweitert sich immer weiter mit den Inseln. Ja, je weiter ich nach vorne gehe, je mehr sehe ich natürlich hier. hier ist noch Blueprint. Lavender Roll Spray, okay. Also, mal genauer hingucken vor Playways. Ja. Ob hier noch ein paar Blueprints sind? Ich gucke mal, ob ich das hier ... Okay. Tja, und gleich bin ich wieder so müde. Gut, Piratenflaggen haben wir jetzt. Ähm. Und ich bin gerade, ich werde gerade wieder müde. Warte mal, den Metal Sheet lasse ich mal hier. Wir fahren mal zurück nach Hause. Okay. 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 Ich muss das wieder anschubsen hier. Na? Okay. Ich kriege das Raft hier nicht mehr weg, Leute. Uh. Das ist not good. Aha. Jetzt eventuell. Okay. Ich muss das von der Sandbank hier schieben. Ah. Oder? Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme nie wieder nach Hause. Doch, jetzt. Oh, Gott. Jetzt haben wir natürlich auch Sturm. Und ich, doofe Kuh, habe nichts Besseres zu tun, als jetzt aufs Raft zu gehen. Ja? Wenn jetzt irgendwas kommt, bin ich tot. dann war's das für mich. Oh mein Gott, mir wird schlecht. ein Tribut in Seenut, treiben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolot. Mein Tribut in Seenut. Du, du, du. Oh mein Gott, Leute. Ich würde tausend Tode sterben auf dem Ding. Ich sag's euch. Ja? Vielleicht kotze ich vom Raft. Aber ich habe gesehen, es gibt auch andere Rafts. Also man kann sich auch andere Sachen bauen. mit Fässern unten drunter und so. Vielleicht ist das natürlich die bessere Alternative dann. Es dauert Stunden, bis ich hier nach Hause komme. Der Wellengang ist aber auch echt heftig, ne? Und mal so. Habe ich überhaupt Wind von hinten? Treibe ich überhaupt nach vorn? Glaube ich ja, ne? Ja, sieht gut aus. Wenn man mal bedenkt, ja, dass einige Menschen damals aus der ehemaligen DDR, ja, der eine zumindest, der hier kilometerweit geschwommen ist, um zu fliehen. Ich wäre ja gestorben, Leute. Ich glaube, ich würde echt sterben, wenn ich in so eine Situation geraten würde. Ich müsste schwimmen. Wenn mich nicht die Haie fressen, dann, weil ich aufgegeben habe, weil ich panische Angst habe, und ich würde dann wie so ein Stein in den Wasser sinken. Komm, jetzt fahr nach Hause hier. Das Gefühl, ich komme gar nicht an. es ist auch echt ein weiter Weg, das denkt man gar nicht so. Deswegen geraten wahrscheinlich auch so viele beim Schwimmen am Meer in Seenot und saufen ab, weil sie das gar nicht einschätzen können, weil sie sich denken, ich bin noch nah genug am Strand oder am Ufer und dann plötzlich sind sie es nicht mehr. Oh Leute, das dauert aber echt lange. Ich kann den Strand schon sehen, komm. Gut, aber ich kann jetzt mit dem Ding auch wirklich nur nach rechts oder links lenken. Mehr kann ich hier gar nicht machen. Aber da sind wir gleich, Leute, da sind wir gleich. Ja, und wir sind auch gleich schon am Ende einer Folge, Leute, also am Ende vom Rhein gespielt hier. Ich habe jetzt fast eine Stunde aufgenommen. wäre schön, Feedback zu bekommen. Was sagt ihr zu dem Spiel? Wollt ihr da noch ein, zwei Folgen mehr von sehen? Oder ist nicht so interessant? Ja, oder vielleicht spielt der eine oder andere von euch das Spiel ja auch selber und okay, wir sind da. Da sind wir in unserem geliebten Bett. So, ich hoffe, das Floß ist nachher noch da. wir trinken jetzt ein bisschen und legen uns ins Bett und schlafen mal, ja gut, sechs Stunden. Ja, Leute, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Reinschalten, fürs Reingucken, ja, fürs Kommentieren, fürs Liken, für Feedback, ja, würde ich mich drüber freuen und wir speichern ab. Safe. So, wir haben mittlerweile 0.20 Uhr und ich muss noch weiter aufnehmen, Leute. Deswegen, habt einen schönen Montag, Leute, und bis zum nächsten Format hier auf meinem Kanal. Ja, bis dahin, macht's gut, bye, bye.